Okay. Ein Jeep. Jeep, 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 Jeep. Keine Frage hätte ich. Wieso will Ralph Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbereich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Tja, Ralph und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Tun sie das? Wirkten doch gut ausgerüstet. Shoreline war ein Bürgerkrieg und hat das Geburtstag ausgerüstet. Nadine hat ja die Starmackel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Okay. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen auf den Schlauch. Ach ja, geht's weiter. Das sieht auch wieder aus, wie so ein, als wir jetzt um einen Kreis fahren würden. Ach, guck mal. Da kann man bestimmt da seitlich hoch. Ich hoffe nicht, dass ich da schon war. Entschuldigung. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ähm. Ähm. Sieht nicht so aus, als es da weitergehen würde. Pass auf. Sie nörgelt auch noch rum hier. Ich fahr voll vorsichtig. Hier geht's auch noch hoch. Das wäre das Sinnigste. Was für eine Statue ist das denn, bitte? Ganz langsam mal. Nicht, dass ich da irgendwo zu arg gegenbrette. So weit, so gut. Weiter flussaufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. Was? So ein Pech aber auch. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Ray ihn befreit hat. Ich glaube, er wollte alles wissen, was Ray zu Avery weiß, bevor er flieht. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcasa-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Was für eine verrückte Vorrichtung. Nein. Okay. Wir müssen also das Auto da in den Fahrstuhl reinpacken. Glaub ich. Müssen wir. Okay. Okay. Ähm. Fuck. Nein. Boah, zu Glück ging das noch. Ich muss ja erstmal den Dinger da runterlassen, bevor ich das Auto da reinpacken kann. Wir schauen uns jetzt erstmal um. Da vorne ist noch was drin. Wo ist hier was drin? Da vorne ist noch was drin. Oh. 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 Gecheckt. Ganz einfach geht das. Wir holen jetzt erstmal das... Oh, 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 du. Ich hoffe, das hat eine Winde. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. War wie möglich ran hier. Geht der jetzt weg, Alter. Ich glaub, das reicht alles aus. Äh, ab. Komm, 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 komm. Passiert gar nichts, oder? Ja, da müssen wir doch mal hier schauen, was denn hier jetzt so ist. Ja, ich glaub, das brauchen wir schon, aber wir müssen jetzt erstmal checken, was der hier will von uns. Und dafür müssen wir einen Weg finden nach oben. Ah, das ist das Problem. Die Zahnräder sind nicht mit dem Wasserrad verbunden. Liegen wir das hier? Wir müssen da hoch und es uns ansehen. Aha. Okay. Das bekommt... Nein! Nein! Jetzt hab ich die scheiß Winde nicht dabei, ne? So, machen wir erstmal so. Dann nehmen wir und... Ja, machen wir ja. Wir machen die sehr. Ja. Ja. Wir müssen nämlich das Zahnrad reparieren. Hallo? Na ja. Okay. Erst schauen wir mal raus, aber wir brauchen die Kiste. We're broken the... Was? Oh. Ah. Nimm's doch. So. Komm, Kiste. Die Kiste muss dahin. Die Kiste muss dahin. Und hoch mit dir. Hoch mit dir, hab ich gesagt. Hoch. Nein. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Boah, ist so grell. Ist ja hart. Nein! Bin ich ein Held? Kann ich jetzt nicht hochhüpfen? Mal reinschauen, wa? Wer irgendwas ist? Du bist oben. Hat dir jemand Zweifel? Oh, warte mal. Ich passe das Rad an. Ah. Schick, dass ihr das macht. Ich könnte hier mal so ein Teil bringen, wo man zu zweit, grobmäßig durchzocken kann. Wir sind so weit. Wäre bestimmt lustig. Mein Mädchen. Ach so, ich muss jetzt hier rum. Wird mal ganz... Okay. Ah, hier. Und? Was nun? Los, schieb das rein. Schieb das rein, mein Freund. Schieb das... Okay, du hast es tief rein geschoben. Und da? Super. Ja klar, jetzt bricht es schwer so weit. Ja, es ist irgendwie brüchig hier. Hallo. Hallo. Ähm. Jetzt? Ähm. Vielleicht sollte ich... Oh, egal. Oh? Hey. Right. Oh. Wasser auf. Bleib unten. Nimm das unten als Neum. Ich bin der Respekt hier. Ist doch ruhig hängen geblieben, klar, die zwei Nerven. Nein! Oh mein Gott, war das scheiße. War das scheiße? Okay, jetzt nochmal. Äh, warte. Fahrer war ich doch nie. Konnte gleich rüberhüpfen. Also muss ich doch da noch ein bisschen hängen, bis ich so hoch bin. Da ist der Schauschütze. Ja, jetzt hab ich den. So. Vielleicht mal hier, das ist frei. Sie ballert ja jetzt gleich den linken ab. Oh, die macht ja so schön. Die ist echt toll. Wo seid ihr noch überall? Mein Gott. 50. Okay. Wir gehen jetzt hier hoch. Was leuchtet denn hier so? Oh, komm, nö. Da ist eine Rakete. Wo ist eine Rakete? Wow, wow, was geht? Was geht da? Ich musste da hin. Was geht da? Dann nennen wir doch mal die hier mit. Muss ich ja wohl. Alter, wo schießen denn die hier immer? Ich brauche jetzt erstmal wieder Luft. Was? Hätte ich die Waffe vergessen? Nein. Okay, Nitzel. Sonst reichen ich erstmal hier hin. Warte, die Typen kommen. Ja, komm, hüpf rüber. Lass dich hier runter hängen. So. Ich muss da weg. Der Sniperfreak ist zu heavy. Wo ist denn der jetzt? Der müsste oben sein. Nein, hier wurde ich... Gib mir jetzt die Kackwaffe hier. Hallo. Nein. Das ist recht schwer, ne? Wir müssen auf jeden Fall, denke ich, schon richtig mehr Bewegung hier bleiben. Ich will jetzt hier ein bisschen genauer gucken. Der Hammer. So, dann schauen wir mal, wo die noch stehen. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Hallo? Sniper kann ich hier nix empfangen. Aber den Sackgesicht... Wo ist der jetzt hin? Wo ist der jetzt hin? Ich komm, da drüben her mit dem Seil. Komm. Nein, wo das... Alter, das kann doch nicht sein. Oh, Mann. Wie gesagt, immer öfters gucken hier. Und nicht so reflexmäßig dann drücken. Sonst ist man da. Hat sie gut gemacht. Die Waffe ist cool, die muss ich mitnehmen. Geht weg. Nach all dem brauche ich eine Pause. Ich habe mir überlegt, diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Ne. Das haben wir uns auch gefragt. Ich denke nicht. War mir das denn eine Statue oder war das die... Ne, die vom Fahrer kann es nicht gewesen sein. Da ist der Aufzug. Okay, dann fahren wir mal da hin. Wo die... Ich sag, da ist der Aufzug. Hier unten. Ups, Entschuldigung. Was? Fahr, fahr. Mach mal da außen rum. Da ist doch keine Strömung. Jupp. Siehst du wohl. Die machen einen richtig fertig in dein Spiel. Okay. Hallo? Und wo jetzt hin? Ich glaube, ich muss jetzt... Hm. Äh, warte mal. Ich hätte bestimmt auch hier hochfahren können. Nein. Meinen Sie es wildes Wasser? Ja, merke ich doch. Mein Freund. Aber da oben ist ja nur noch wildes Wasser. Oder? Jupp. Das ist alles scheiße. Oh, ich glaube, diesmal haben wir es gut geschnitten. Jupp. Super, haben wir es gemacht. Ich habe die Kontrolle wieder. Wir sind weiter. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, ich hasse. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Okay, wollen wir jetzt erstmal hier nochmal hinfahren? Jupp. Ja, schick. Ja, aber so einfach geht das wohl nicht, so wie es aussieht. Okay. Boah, diesmal richtig abgesprungen. Und ich bin auch so einen Scheiß gebaut wie vorher. Jetzt schwimmt es gleich die Eile weg. Das sind Steine. Da kommen wir niemals durch. Nicht weiter zumachen, weiter aufmachen. Kommt was auch. Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Ja, dann geht's weiter. Da, 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 da. Alles gut. Ich habe mich auf den Stein ge... Sieh mal, wenn sogar viel Wasser gekommen wäre, wäre nichts passiert, weil ich habe ja auf den Stein geparkt. Okay, da drüben ist strömendes Wasser. Da dürfen wir ja nicht lang. Was ist los? Zu viel Schlamm. Ich muss außen rum. Ich glaube, das muss mehr als Schanze benutzen. Sieht so verdächtig als Schanze aus. Wie komme ich da jetzt hoch, dass ich schneller bin? Das wird nicht klappen. Ich komme noch gar nicht so weit. Aber ich muss... Ich glaube, wir müssen... Nee. Nee, nee. Da hat sich vielleicht doch nichts zu tun damit. Weil schneller werde ich ja nicht. Das ist nicht so weit. Untertitelung des ZDF, 2020